Die ISCC oder die Europäische Lungenkrebskonferenz ist ein großes Treffen, wo internationale Ärzte und Forscher sich beschäftigen mit aktuellen Fragen in der Thoraxonkologie, in der Diagnostik und in der Behandlung des Lungenkarzinoms. Wir sind mehr als 2000 Kollegen hier in Genf und wir diskutieren drei Tage über wirklich wichtige und brennende Fragen. Es hat sich viel getan beim Lungenkarzinom, um nur Beispiele zu nennen. Wir besprechen die neuesten Ergebnisse der Immuntherapie, wir besprechen die neuesten Ergebnisse der zielgerichteten Therapie und wir besprechen natürlich auch alle neuen Entwicklungen, die es im Bereich der Strahlentherapie, der Chirurgie oder anderer Therapieformen des Lungenkarzinoms gibt, sodass wir wirklich ein sehr schönes Update hier in Genf haben über den aktuellen Stand der Diagnostik und der Behandlung des Lungenkarzinoms.